Ich bin bereit zum Auslaufen. Oh, ihr bringt mir wie versprochen meine Waren. Ihr habt mir damit wirklich aus der Patsche geholfen. Kapitän auf der Brücke. Kommt bald wieder. Ich hörte bereits von eurer Heldentat. Immer zur Stelle, wenn jemand in Not ist, nicht wahr? Bei euch lässt sich immer ein gutes Geschäft tätigen. Ja, denn ich würde das zeigen. Ich würde nicht sicher, da euer Blöden und Schicker sind. Ich muss immerppingsamt einigen gehen. Ich werde euch die gewünschten Informationen rasch beschaffen. Bereit zum Auslaufen. Möge Gott euch Gnade zeigen, denn ich werde das nicht. In Ordnung. Kommen wir zur Sache. Alle Schiffe einsatzbereit. Schiff fertiggestellt. Ahoi. Besetzt die Kanonen. Wie ist die Ordnung? Die Truppen warten auf euren Befehl. Die Kampfverbände sind unterwegs. Was wünscht ihr? Wie lauten die Befehle? Feuert auf meinen Befehl! Die Armee erwartet euren Ansatz zu fehlen. Erteilt ihnen eine Lektion! Eine ihrer Truppen steht unter Beschuss. Macht ihnen ein Ende! Die Armee erwartet euren Ansatzbefehl! Ein Mitspieler hat einem Schädenvolk den Krieg erklärt. Kapitän! Ein Kinderspiel an diese Informationen heranzukommen. Die Armee erwartet euren Ansatz zu fehlen. Die Armee erwartet euren Ansatz zu fehlen. Die Armee? Kapitän antancen! Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Warte auf Anweisung! Warte auf Anweisung Kapitän! Kapitän! Ich heiße euch willkommen. Bereit zum Auslaufen? Ich gewähre euch Frieden, zumindest im Moment. Einer von uns beiden wird das noch sehr bedauern. Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. Die Truppen warten auf euren Befehl. Die Armee ist kampfbereit. Ihre Truppen werden angegriffen. Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. Was immer ihr wünscht. Warte auf Anweisungen. Wie ist die Order? Ich werde mir diese Frechheit von euch nicht länger bieten lassen. Kapitän auf der Brücke. Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. Alle Truppenteile in Bewegung. Eure Anweisung. Reiten wir los. Die Armee ist kampfbereit. Die Armee marschiert los. Möchtet ihr mir einen Vorschlag unterbreiten? Ihr lebt offenbar recht gut auf unsere Kosten. Ihr habt ein glückliches Händchen bei der Führung eurer Siedlung. Was wünscht ihr? Anscheinend könnt ihr auch etwas richtig machen. Ihre Bevölkerung sehnt sich nach Gemeinschaft. Wir sind bereit. Der Wind steht günstiger. Ah, Kundschaft. Derlei erlesenen Schmuck halte ich selten in meinen Händen. Ein Brandzerstück. Wundervoll. Es kann sofort losgehen. Ahoi. In die Wanden, Männer. Es kann sofort losgehen. Besetzt die Kanonen. Wie ist die Orbe? Fertigmachen zum Gefecht. Aus Leben und Tod. Es kann sofort losgehen. Bereit machen zum Feuern. Truppenverband ausgebildet. Es kann sofort losgehen. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Kapitän auf der Brücke. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Die Truppen warten auf euren Befehl. Einheit ausgehoben. Eine ihrer Truppen steht unter Beschuss. In Ordnung. Kommen wir zur Sache. Ihre Truppen sind zielfeindlicher Angriff. Die Armee ist kampfbereit. Wie lauten die Befehle? Es freut mich, mit euch Geschäfte zu machen. Wenn ihr den Tribut jetzt entrichtet, werden wir euch begnadigen. Die Armee ist kampfbereit. Unsere Flotte wird euer Aufbegehren im Keim ersticken. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Die Truppen warten auf euren Befehl. Die Truppen warten auf euren Befehl. Wachtung! Ihre Truppen sind zielfeindlicher Angriff. Los, 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 los! Eine Stiftvisite auf eurer Insel zahlt sich immer aus. Die Truppen sind bereit. Steht die Ordnung wieder her. Wie lauten die Befehle? Kapitän auf der Brücke. Die werden sich wundern, wenn sie das nächste Mal Wasser holen. Die Truppen sind bereit. Alles hört auf euren Befehl. Es kann sofort losgehen. Kapitän auf der Brücke. Kapitän auf der Brücke. Seht nur. Die Leute siechen dahinten. An die Kanonen! In Ordnung. Kommen wir zur Sache. Die Truppen sind bereit. Ihre Bevölkerung sehnt sich nach Gemeinschaft. Die Armee erwartet euren Ansatzbefehl. Die Armee erwartet euren Ansatzbefehl. Kapitän? Es kann sofort losgehen. Es kann sofort losgehen. Der Feind greifen eines dieser Schiffe an. Ein Handelsgebäude kann man noch nie. Ihre Bevölkerung sehnt sich nach Gemeinschaften. Die Truppen sind bereit. Wie lauten die Befehle? Alle Truppenteile in der Wege. Kempten andecken. Kurs gesetzt. Ihre Truppen sind zielfeindliche Angriffe. Ahoi. Kapitän? Dich sollte man nicht unterschätzen. Dich sollte man nicht unterschätzen. Dich sollte man nicht unterschätzen. Ihr seid stärker als erwartet. Wir werden neue Truppen schicken müssen. Die Armee ist kampfbereit. Dich zum Netzen. Die Truppen sind bereit. Verliebt uns den Feind. Und erscheint Ihnen eine Lektion. In Ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Warte auf Anweisung. Was kann sofort losgehen? Alle Schiffe einsatzbereit! Alle Schiffe einsatzbereit! Schiff, ahoi! Unerhört, wie ihr das Wohl der einfachen Bevölkerung über den Willen eurer Monarchin stellt. Anscheinend könnt ihr auch etwas richtig machen. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Ahoi! Bereit machen zum Feuern! Ahoi! Ahoi! Besetzt die Kanonen! Die Truppen sind bereit! In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Bestanden! Natürlich! Ich kann jede Ware beschaffen. Das ist gewissermaßen mein Talent. Was immer ihr wünscht! Geh raus aufs Meer! Einheit ausgehoben! Die Armee erwartet euren Ansatzbefehl! Käpt'n am Deck! Die Armee ist kampfbereit! Wie ist die Arbe? Ahoi! Ich kann mir nicht erklären, wie es zu diesem bedauerlichen Zwischenfall kommen konnte. Man greift ihre Truppen an. Wir warten! Die Armee ist kampfbereit! Ich habe ein kleines Problem. Vielleicht könnt ihr mir ja bei der Lösung behilflich sein. Die Armee ist kampfbereit! Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Ahoi! Der Feind drängt in ihr Gebiet vor. Die Truppen warten auf euren Befehl. Vernichtet den Feind! Handelsgebäude übernahmebereit! Die Truppen warten auf euren Befehl. Was immer ihr wünscht! Geh raus aufs Meer! Es kann sofort losgehen! Eines ihrer Gebäude steht unter Beschuss. Hochmut kommt vor dem Fall, heißt es so schön. Achtung! In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Achtung! Mach sie nieder! Vernichtet den Feind! Die Armee ist kampfbereit! Truppenverband ausgebildet! Die Truppen sind bereit! Los, los, los! Jede Menge starker Männer! Handelsgebäude erobert! Die Truppen warten auf euren Befehl! In Ordnung! Kommen wir zur Sache! Der Mob ist drauf und dran, ihre Siedlung in Brand zu stecken! Truppenverband ausgebildet! Los, 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 los! Warte auf Anweisung! In die Wand, Männer! Bereit zum Auslaufen! Die Armee ist kampfbereit! In ihrer Siedlung fehlt... Euch mache ich natürlich einen Sonderpreis! Eure Petsiosen sind von Fuhrt! Träblicher Qualität! Die Truppen sind bereit! Ein Gegner hat die Grenze zu ihrem Siedlungsgebiet überschritten! Truppenwacht auf euren Befehl! Die Truppen sind bereit! Erhalt ihnen an der Lektion! Die Truppen sind bereit! Ich gewähre euch Frieden! Zumindest im Moment! Einer von uns beiden wird das noch sehr bedauern! Ich höre schon das Klimpern der Münzen! Die Bevölkerung kann ihr Bedürfnis nach Glauben nicht stillen! Käpt'n an Deck! Die Truppen warten auf euren Befehl! Die Truppen warten auf euren Befehl! Was ist zu tun? Der Wind steht günstig! Man greift ihre Truppen an! Ein Handelsgebäude kann übernommen werden! Ihre Truppen werden angegriffen! Ertragreich wie immer! Der Besuch auf eurer Insel! Die Truppen sind bereit! Es kann sofort losgehen! Wie lauten die Befehle? Lasst euch nicht zu viel Zeit! Euch entgehen gute Geschäfte! In Ordnung! Truppenverband ausgebildet! Man muss den Leuten nur den richtigen Grund zum Revoltieren geben! Wen wollt ihr denn damit beeindrucken? In Ordnung! Kommen wir zur Sache! Wir sind bereit! Erteilt ihnen eine Lektion! Die Truppen warten auf euren Befehl! Der Mock ist raus und dran, ihre Siedlung in Brand zu stecken! Ich kann leider nicht mit euch handeln, solange die Pest bei euch umgeht. Schaut zu, dass ihr den Schwarzen Tod loswerdet. Sonst seht ihr meine Schiffe nie wieder. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Dem Schwarzen Tod gehe ich lieber aus dem Weg. Truppenverband ausgebildet. Die habe ich um einige Münzen erleichtert. Ja, bereitet euch nur vor. Ihr werdet es nötig haben. Schiff, ahoi! Handelsgebäude übernahmebereit. Euer Wohlstand gründet sich auf unser Vertrauen in euch. Einheit ausgehoben. Die Einwohner ihrer Siedlung verlangen nach mehr Bildung. Ich habe ein Auge auf euch. Bereit zum Auslaufen. Willkommen. Gut. Ich wollte mich schon nach anderen Geschäftsmöglichkeiten umsehen. Sofort, Kapitän. Die Pest ist besiegt. Das sind ja erfreuliche Nachrichten. Alles fertig. Die Truppen warten auf eurem... Sind schon unterwegs. Nach dieser schlimmen Zeit benötigt ihr sicher das ein oder andere. Die Armee ist kampfbereit. Feuer verdünftet ihre Stadt. Ihre Bewohner sind unzufrieden und protestieren gegen die Missstände. Eines ihrer Gebäudes Ziel eines Angehörigen. Früher oder später werdet ihr merken, dass Gewalt nicht den Verstand ersetzen kann. Ein Bombenleger treibt sein Unwesen in Irak. Wozu braucht ihr denn so viele Soldaten? Jede Menge starker Männer. Man könnte fast annehmen, ihr hättet vor irgendetwas Angst. Erteilt ihnen eine Lektion! Man könnte fast annehmen, ihr hättet vor irgendetwas Angst. In Ordnung. Kommen wir zur Sache. Die Truppen sind bereit. Truppenkopp an, aus. Ihre Truppen sind ziegenfeindlicher Angriff. Wie versprochen. Der Mock rennt pöbelnd durch die Straßen. Truppen warten auf eurem Befehl. Alles klar ist es. Erteilt ihnen eine Lektion! Truppen warten auf eurem Befehl. Wir warten. Warte auf Anweisung. Wie ist die Orbe? Ein Handelsgebäude kann übernommen werden. Bereit zum Auslaufen. Geht aus aufs Meer. Die Truppen warten auf eurem Befehl. Sie sind bereit. Die Truppen warten auf eurem Befehl. Truppen warten auf eurem Befehl. Erteilt ihnen eine Lektion! Die Armee erwartet euren Anweisung. Die Truppen warten auf eurem Befehl. Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl.